Evolution ist eine Lüge und intelligente Gestaltung ist die Wahrheit. Die durch die NASA, die Mainstream-Medien und das öffentliche Bildungssystem verkündete gängige, moderne, wissenschaftlich-materialistisch-atheistische Weltsicht ist, dass du hier bist, weil nichts grundlos explodierte und alles schuf. Vor Zeit, Raum, Materie, Geist, Intelligenz und Leben gab es nichts. Dann explodierte dieses Nichts und anstatt Dinge zu zerstören, so wie jede andere Explosion, die es gab, schuf diese Explosion Dinge, schuf alles. Die Nichtsexplosion schuf irgendwie Raum, Zeit und die ganze Materie im Universum in einem Augenblick und aus überhaupt keinem Grund. Dann flogen all die geschaffenen Explosionstrümmer seit 14 Milliarden Jahren bei einer Geschwindigkeit von einer Milliarde kmh auseinander und gipfelten in deiner Schöpfung. Ja, erst vereinigten sich einige Teile des mehr gasförmigen Nichts und bildeten Sonne und Sterne, dann vereinigten sich feste Teile des Nichts zu Planeten und Monden, dann vereinigte sich das zu Wasser und Sauerstoff gewordene Nichts, um auf dem Nichtsplaneten Erde Wasser zu bilden, aus dem dann wundersam einzellige lebende Organismen erschienen, die sich durch Teilung und Vermehrung zu mehrzelligen, bewussten Organismen entwickelten, welche sich zu verschiedenen Arten von Meeresbewohnern vermehrten, teilten und mutierten, welche sich anpassten und entwickelten und an Land krochen, Kiemen mit Lungen ersetzten, Schwänze verloren, sich opponierbare Daumen wuchsen ließen und anfingen, sich an Strohhalme zu klammern, wie diese lächerliche nihilistische Vorstellung der Urknall-Evolution. Diese anti-Gott-materialistische Evolutionstheorie wird seit über 150 Jahren standhaft durch die Unfehlbarkeit der Wissenschaft geschützt, aber in Wirklichkeit haben die Wissenschaftler es nicht geschafft, einen einzigen Beweis zu finden, dass die materielle Welt ein Erzeugnis blinder Zufallsevolution ist. Genau wie sie nicht einen wahren gültigen Beweis dafür fanden, dass die Erde ein um die Sonne drehender Ball ist. Vielmehr erfordert und setzt die Urknall-Evolution eigentlich viele weitere Theorien voraus, die sich bereits in den vorherigen Kapiteln als falsch erwiesen haben, nämlich die Vielzahl der Welten, Newtons Gravitationstheorie, Einsteins Relativitätstheorie, Sterne, die entfernte Sonnen sind und die Erde, die ein Planet ist und nicht flach. Nun ein Zitat von Harun Yahya, der Evolutionsbetrug, Seite 128 bis 130. Die evolutionäre Theorie behauptet, dass Leben mit einer zufällig entstandenen Zelle begann. Gemäß diesem Szenario machten vor vier Milliarden Jahren verschiedene leblose chemische Verbindungen eine Reaktion in der ursprünglichen Atmosphäre der Erde durch, in welcher die Wirkungen von Blitzeinschlägen und Atmosphärendruck zu der ersten lebenden Zelle führten. Eine Sache, die zuerst mal gesagt werden muss, ist, dass die Behauptung, dass sich leblose Stoffe zur Bildung von Leben vereinigen können, unwissenschaftlich ist und nicht durch ein Experiment oder eine Beobachtung bestätigt wurde. Leben kann nur durch Leben entstehen. Jede lebende Zelle ist durch die Nachbildung einer anderen Zelle gebildet worden. Niemandem auf der Welt ist es je gelungen, eine lebende Zelle durch die Vereinigung von leblosen Stoffen zu bilden, nicht mal in den fortschrittlichsten Laboratorien. Die Evolutionstheorie ist in keinem größeren Dilemma als dem, die Entstehung von Leben zu erklären. Der Grund ist, dass organische Moleküle so komplex sind, dass ihre Entstehung unmöglich als zufällig erklärt werden kann und es ist offenkundig unmöglich, dass eine organische Zelle aus Zufall entstanden ist. Wie könnten all die zusammenhängenden und untergliederten Bestandteile, die Zellwand, die Zellmembran, das Mitochondrium, Eiweißkörper, DNS, RNS, Ribosomen, Lysosomen, Zellplasma, Vakuolen, Zellkern und andere Teile der Zelle sich auf magische Weise vereinigen und bewusstes, intelligentes Leben aus unbewusstem, toten Material schaffen? Nehmen wir mal einen durchschnittlich großen Eiweißkörper. Er besteht schon aus 288 Aminosäuren von 12 verschiedenen Sorten, welche auf die Zahlengröße von 10 hoch 300 verschiedenen Wegen kombiniert werden könnten. Von den ganzen verschiedenen Möglichkeiten bildet nur eine, das erforderliche Eiweißmolekül und es gibt über 600 verschiedene Sorten von Eiweißkörpern kombiniert im kleinsten Bakterium, das je entdeckt wurde. Der Astronom Fred Hoyle verglich die Chancen, dass all die facettenreichen und multifunktionalen Teile sich zufällig vereinigt haben könnten und Leben schufen, sinngemäß mit einem Tornado, der über einen Schrottplatz fegt und mit den Materialien dort eine Boeing 747 baut. Hoyle schrieb, Zitat, Wenn es ein Grundprinzip von Stoffen gäbe, welches organische Systeme irgendwie in Leben verwandeln könnte, man sollte es leicht in einem Labor nachstellen können. Man könnte zum Beispiel ein Schwimmbecken nehmen, um die Ursuppe darzustellen. Man fülle es mit beliebigen Chemikalien irgendeiner nichtbiologischen Beschaffenheit. Man pumpe irgendwelche Gase darüber oder hinein, je nachdem, und setze es irgendeiner Art von Strahlung, ganz nach deiner Vorstellung, aus. Lass das Experiment ein Jahr andauern und schau dir an, wie viele jener 2000 Enzyme, also durch lebende Zellen produzierte Eiweißkörper, im Becken erschienen sind. Ich werde antworten, damit man sich die Zeit, den Ärger und die Kosten sparen kann, die das Experiment kosten würde. Du wirst nichts vorfinden, außer möglicherweise eine aus Aminosäuren und anderen einfachen organischen Chemikalien bestehende schlammige Brühe. Zitat Ende. Selbst wenn Wissenschaftler alle für das Leben notwendigen chemischen Stoffe in einen Behälter einfüllen würden, auf sie irgendein Verfahren ihrer Wahl anwenden würden und Milliarden Jahre warten würden, nicht eine einzige lebende Zelle würde oder könnte sich je bilden. Nun ein Zitat vom Astrobiologen Chandravikram Mazinge. Die Wahrscheinlichkeit der unwillkürlichen Entstehung von Leben aus lebloser Materie ist eins zu einer Zahl mit 40.000 Nullen nach ihr. Sie ist groß genug, um Darwin und seine ganze Evolutionstheorie darunter zu begraben. Die Ursprünge des Lebens waren nicht zufällig. Sie müssen das Ergebnis von zweckmäßiger Intelligenz gewesen sein. Ich wurde bei meiner ersten Ausbildung als Wissenschaftler stark indoktriniert, zu glauben, dass Wissenschaft nicht mit einer bewussten Schöpfung einhergehen kann. Diese Vorstellung musste schmerzhaft abgestriffen werden. Momentan finde ich kein vernünftiges Argument, die Anschauung zu unterdrücken, welche für einen Übertritt zu Gott spricht. Wir hatten mal ein unvoreingenommenes Wesen. Nun wird uns klar, dass die einzig folgerichtige Antwort zum Leben die Schöpfung ist und nicht zufälliges, willkürliches Glücksspiel. Nun Harun Jaha mit der Evolutionsbetrug, Seite 178, 179. Wissenschaftliche Beweise aus solchen Wissenschaftszweigen wie der Paläontologie, Mikrobiologie und der Anatomie stellen die Evolution als gescheiterte Theorie bloß. Es wurde bereits betont, dass die Evolution nicht mit wissenschaftlichen Entdeckungen, Verstand und Logik in Einklang zu bringen ist. Jene, die an die Evolutionstheorie glauben, denken, dass einige wenige in einem Kübel geworfene Atome und Moleküle, Denken, Vernunft, Professoren, Studenten, Wissenschaftler, Künstler, Antilopen, Zitronenbäume und Nelken erzeugen könnten. Mehr noch, die Wissenschaftler und Professoren, die an diesen Unsinn glauben, sind gebildete Leute. Daher ist es ziemlich gerechtfertigt, von der Evolutionstheorie als den wirkungsvollsten Zauber der Geschichte zu sprechen. Niemals zuvor hat irgendein anderer Glaube oder Vorstellung den Menschen so die Kräfte der Vernunft geraubt, so sie davon abgehalten, klug und logisch zu denken und die Wahrheit vor ihnen so zu verbergen, als ob sie die Augen verbunden hätten. Zitat Ende Bewusstsein, Leben, die wunderbare Vielfalt, Vielseitigkeit und Vernetzung der Natur und des Universums können einfach nicht Ergebnis einiger willkürlicher, zufälliger physischer Ereignisse sein. Wenn die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Leben aus leblosem Material die Zahlengröße von 1 zu 10 hoch 40.000 ist, dann sind diese genau die großartigen Chancen, die dagegen sprechen, dass das Universum ohne Intelligenz gestaltet wurde. Selbst die Entstehung von einfachsten DNS- und RNS-Molekülen ist ähnlich jenseits aller Wahrscheinlichkeit, sich zu vereinigen, entsprechend der Zahlengröße von 1 zu 10 hoch 600 oder eine 10 mit 600 Nullen dann. Solch eine mathematische Unwahrscheinlichkeit grenzt so nahe an unmöglich, dass die Bezeichnung unwahrscheinlich irrenführend wird. Mathematiker, die regelmäßig mit diesen winzig kleinen Zahlengrößen arbeiten, sagen, dass irgendetwas jenseits der Größe von 1 zu 10 hoch 50, sollte für alle Zwecke und Mittel als unmöglich betrachtet werden. Dr. Leslie Orgel, ein Kollege vom Entdecker der DNS, Francis Crick, schrieb, Zitat, Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass Eiweißkörper und Nukleinsäuren, welche beide komplex aufgebaut sind, spontan am selben Platz zur selben Zeit entstanden. Auch scheint es unmöglich, die einen ohne die anderen zu haben. Und so müsste man auch den ersten Blick darauf schließen, dass Leben nie tatsächlich aus chemischen Mitteln entstanden ist. Zitat Ende Einige metaphysischen Kräfte jenseits unserer Definition müssen bei seiner Entstehung gewaltet haben. Zitat Ende Nochmal Harum Yaya zitierend aus der Evolutionsbetrug, Seite 170. Zitat Lasst uns mal annehmen, dass vor Millionen von Jahren eine Zelle entstand, die alles besaß, was zum Leben nötig war, und dass sie ordnungsgemäß zum Leben kam. Die Evolutionstheorie bricht erneut bei diesem Punkt zusammen. Selbst wenn diese Zelle für eine Weile existierte, würde sie doch irgendwann sterben und nach ihrem Tod würde nichts übrig bleiben und alles würde wieder dahin zurückkehren, wo es begann. Das ist, weil diese erste lebende Zelle mangels irgendeiner genetischen Information nicht in der Lage wäre, sich fortzupflanzen und eine neue Generation zu bilden. Das Leben würde mit ihrem Tod enden. Das genetische System besteht nicht nur aus DNS. Die folgenden Dinge müssen ebenfalls in derselben Umgebung existieren. Solch eine Umgebung kann es nicht irgendwo außerhalb einer völlig abgeschiedenen und vollkommen kontrollierten Umgebung wie jene der Zelle geben, in welcher alle wesentlichen Grund- und Energierohstoffe liegen. Zitat Ende Die Urknalltheorie ist leicht als falsch nachzuweisen, da es die Eigenschaft von Explosionen ist, zu zerstören, Dinge in ihre einzelnen Teile zu zerreißen, das Chaos zu steigern und die Ordnung zu verringern. Explosionen können einfach nicht Dinge schaffen, nicht veranlassen, dass sich ungleiche Teile zu einem geordneten Ganzen verbinden, so wie die Urknalltheorie dies behauptet. Ähnlich ist durch die Entropie, dem zweiten Gesetz der Thermodynamik, die Theorie als falsch nachzuweisen. Es ist eine Tatsache, dass Systeme, die sich selbst überlassen werden, mit der Zeit beschädigt werden, durcheinandergeraten und sich zerstreuen. Alle Dinge, lebend oder nicht, nutzen sich ab, verfallen und verwesen. Sie vereinigen sich nicht von selbst über die Zeit in unglaublich unerklärlichen Kombinationen, um verschiedene komplexe, schöne Lebensformen zu erschaffen. Deswegen steht die Theorie der Evolution in unmittelbarem Gegensatz zum Gesetz der Entropie. Evolution vermutet, Dinge werden geordneter, strukturierter und komplexer mit der Zeit. Aber vom Rost zum Moder zum verwesenen Leichen widerspricht die Natur überall dieser Vorstellung. Außerdem könnte gemäß dem chemischen Prinzip des kleinsten Zwangs Leben sowieso nicht im Meer entstanden sein, so wie Evolutionisten behaupten, da die von Aminosäureketten geschaffene Peptidverbindungen Wassermoleküle erzeugt. Es ist solch einer Reaktion nicht möglich, in einer wasserhaltigen Umgebung stattzufinden. Nochmal Harun Yahya, der Evolutionsbetrug, Seite 170-171. Organische Materie kann sich nur als eine vollentwickelte Zelle mit all ihren Organellen und in einer geeigneten Umwelt, in der sie überleben kann und Energie von ihrer Umgebung erhält, selbst fortpflanzen. Dies bedeutet, dass die erste Zelle auf der Welt ganz plötzlich zusammen mit ihrer unglaublich komplexen Struktur entstanden ist. Was würdest du denken, wenn du in den Tiefen des dichten Waldes wandern gehst und du einem brandneuen Auto unter den Bäumen begegnen würdest? Würdest du dir vorstellen, dass sich verschiedene Elemente des Waldes vor Millionen von Jahren zufällig vereinigten und dieses Auto herstellten? Alle Teile des Autos sind aus Produkten wie Eisen, Kupfer und Gummi gemacht, diese Bestandteile sind alle auf der Erde zu finden. Aber würde diese Tatsache dich dazu führen, zu denken, dass sich diese Materialien selbst zufällig hergestellt haben und sich dann zusammenschlossen, um dieses Auto herzustellen? Es gibt keinen Zweifel daran, dass jedem mit einem gesunden Menschenverstand klar sein müsste, dass das Auto ein Erzeugnis intelligenter Gestaltung wäre, in anderen Worten eine Fabrik, und sich wundern würde, was es dort mitten im Wald zu suchen habe. Das plötzliche Auftauchen einer komplexen Struktur in einer vollkommenen Gestalt, ziemlich aus heiterem Himmel, zeigt, dass dies das Werk einer intelligenten Macht ist. Ein außerordentlich komplexes System wie die Zelle ist ohne Zweifel durch höheren Willen und Weisheit geschaffen worden. In anderen Worten, es kam durch die Schöpfung Gottes zum Leben. Viele Facetten der Natur sind bei weitem zu komplex, spezialisiert und vollkommen, um je aufgrund von zufälligen Veränderungen mit der Zeit entstanden zu sein. Zum Beispiel produziert das Auge mit all seinen verschiedenen, mit dem Gehirn zusammenarbeitenden Teilen und Mechanismen die schärfsten, klarsten und vorstellbaren 3D-Bilder. Selbst die fortschrittlichsten Kameras und Plasma-Bildschirme, die je von Menschen hergestellt wurden, können nicht ein Bild so perfekt im Detail und Klarheit zeigen, wie unsere eigenen Augen. Der Erfinder der Evolution, Charles Darwin selbst, gab zu, dass, Zitat, der Gedanke an das Auge ihn erstarren lässt, Zitat Ende, weil er wusste, welch unüberwindliches Hindernis das Auge in seiner Theorie bedeutet. Und es ist dasselbe mit Ohren und Audio-Zubehör. Über ein Jahrhundert haben viele tausende Forscher, Wissenschaftler und Ingenieure in Fabriken auf der ganzen Welt versucht, schärfere, klarere Audio-Video-Wiedergabe und Aufnahmegeräte herzustellen, ohne je nahe der Fähigkeiten und Vollkommenheit des Ohres oder des Auges zu kommen. Schau in das Buch, das du liest, deine Hände, die es halten, dann hebe deinen Kopf und schau dich um. Hast du je ein solch scharfes und deutliches Bild wie dieses an irgendeinem anderen Platz gesehen? Selbst die vom besten Elektronikhersteller der Welt produzierten höchst entwickelten Fernsehbildschirme können dir nicht mit solch einem scharfen Bild dienen. Dies ist ein dreidimensionales, farbiges und äußerst scharfes Bild. Niemand würde sagen, dass Hi-Fi oder eine Kamera als Zufallsergebnisse zustande kamen. Also wie kann überhaupt behauptet werden, dass die Technologien, die es im menschlichen Körper gibt und die jenen überlegen sind, als Ergebnis einer Reihe von Zufällen namens Evolution zustande kamen? Es ist erwiesen, dass das Auge, das Ohr und tatsächlich alle weiteren Teile des menschlichen Körpers, Erzeugnisse einer höheren, höchsten Schöpfung sind. Charles Darwin hat in seinem Buch Ursprung der Arten, die wahrhaftige Bibel der Atheisten und Materialisten, notiert, dass, Zitat, wenn meine Theorie richtig sei, es zahlreiche Übergangsarten, die nahezu alle Arten derselben Gruppe verbanden, mit Sicherheit gab. Folglich könnten Beweise ihrer früheren Existenz nur unter zurückgebliebenen Fossilien gefunden werden. Zitat Ende. Darwin wusste selbst, dass keine solche Übergangsformen entdeckt wurden und hoffte, dass sie in der Zukunft gefunden würden. Er räumte in seinem Kapitel Schwierigkeiten der Theorie sogar ein, dass diese fehlenden Zwischenformen der größte Hemmschuh seiner Theorie seien. Er nannte es, Zitat, der offensichtlichste und ernsthafteste Einwand, der gegen meine Theorie hervorgebracht werden kann. Zitat Ende. Jetzt nochmal Harun Yaya, der Evolutionsbetrug, seit 1961. Gemäß der Evolutionstheorie stammt jedes Lebewesen von einem Vorgänger ab. Eine Art, die früher existierte, wurde zu einer anderen über einen Zeitraum und alle Arten kamen auf diese Weise zustande. Gemäß dieser Theorie fand diese Umwandlung allmählich über Millionen von Jahre statt. Wenn das wahr wäre, hätten in dieser riesigen Zeitspanne, in der die Umwandlungen angeblich stattfanden, unzählige Zwischenarten gelebt. Zum Beispiel sollten in der Vergangenheit einige Halb-Fisch-, Halb-Reptilien-Geschöpfe gelebt haben, welche einige Reptiloide-Merkmale zusätzlich zu den Fischmerkmalen, die sie bereits hatten, vorweisen. Oder es sollten einige Reptilien-Vogelkreaturen gelebt haben, die zusätzlich zu ihren Reptiloiden-Merkmalen, die sie schon besaßen, einige vogelartige Merkmal angenommen haben. Evolutionisten bezeichnen diese imaginären Kreaturen, von denen sie glauben, dass sie in der Vergangenheit gelebt haben, als Übergangsformen. Wenn solche Tiere je gelebt haben, dann hätte es Millionen, sogar Milliarden von ihnen gegeben. Noch wichtiger, die Gebeine dieser Lebewesen sollten in den fossilen Aufzeichnungen zu finden sein. Die Anzahl der Übergangsformen sollte sogar größer sein als die der jetzigen lebenden Tierarten und ihre Gebeine sollten überall auf der Welt zu finden sein. Zitat Ende. Darwin hoffte, dass sich die Übergangsformen von Tierarten, die sich allmählich in verschiedene Arten entwickelten, irgendwann in der Zukunft in die fossilen Aufzeichnungen eingehen werden. Bis heute jedoch konnten nirgends auf der Welt solche Übergangsformen gefunden werden. Darwins Beobachtungen hinsichtlich natürlicher Auslese und Anpassung waren sicherlich richtig. Sogenannte Mikroevolutionen von verschiedenen Merkmalen und Eigenschaften innerhalb einer Art sind bewiesen und es gab sie weit verbreitet. Aber Makroevolutionen, die angebliche Umwandlung einer Art in eine vollkommen verschiedene Art, wurde nie beobachtet und es gibt keinen Beweis einer solchen Evolution irgendwo in den fossilen Aufzeichnungen. Colin Patterson, leitender Paläontologe für das Britische Naturkundemuseum und ein begeisterter Evolutionist, gab sogar zu, dass natürliche Auslese nie dabei beobachtet werden konnte, wie sie tatsächlich irgendetwas entwickelte. Zitat Keiner hat je eine Art durch die Mechanismen der natürlichen Auslese erzeugt. Keiner erreicht es auch nur annähernd und das meiste der aktuellen Debatte der Neodarwinisten dreht sich um diese Frage. Zitat Ende. Nochmal Harun Yaya, der Evolutionsbetrug, Seite 212 Selbst in den wissenschaftlichsten Büchern über die Evolution wird die Stufe des Übergangs vom Wasser zum Land, einer der unerklärlichsten Gesichtspunkte der Evolution, in einer solchen Schlichtheit erläutert, dass sie sogar für Kinder nicht glaubhaft als Beweis dient. Laut der Evolution begann das Leben im Wasser und die ersten entwickelten Lebewesen auf der Erde waren Fische. Laut der Geschichte entwickelte eines Tages der Fisch die Fähigkeit, aus dem Wasser zu klettern und an Land zu gehen. Die Theorie fährt fort, dass der Fisch, der sich entschieden hat, an Land zu leben, Füße anstatt Flossen und Lungen anstatt Kiemen hatte. In den meisten Büchern über Evolution erklärte niemand, warum dieser Übergang geschah. Sogar in den wissenschaftlichsten Quellen springen die Autoren zu Folgerungen wie Und der Übergang vom Wasser zum Land geschah. Ohne eine zufriedenstellende Antwort zu geben, wie diesbezüglich der Vorgang funktionierte. Also, wie geschah diese Umwandlung? Es ist offensichtlich, dass ein Fisch außerhalb des Wassers nicht länger als ein oder zwei Minuten überleben kann. Wenn wir annehmen, dass es wirklich, wie von den Evolutionisten behauptet, eine Dürre gab und Fische aus irgendeinem Grund an Land gewandert wären, was wäre dann mit den Fischen geschehen, selbst wenn dieser Prozess 10 Millionen Jahre angedauert hätte? Die Antwort ist einfach. Fische, die das Wasser verlassen, sterben unvermeidlich in ein, zwei Minuten. Selbst wenn dieser Vorgang 10 Millionen Jahre angedauert hätte, wäre das Ergebnis dasselbe. Jeder einzelne Fisch würde sterben. Niemand würde es wagen, zu sagen, vielleicht erwarben sich nach vier Millionen Jahren ein paar Fische Lungen, während sie versuchten zu überleben. Dies wäre ohne Zweifel eine unlogische Annahme. Das ist ja doch genau das, was Evolutionisten behaupten. Zitat Ende. Die Evolutionstheorie behauptet, dass Leben irgendwie aus dem Meer entspringt und sich entwickelt, bis irgendwie irgendetwas, das bis zu diesem Zeitpunkt immer unter Wasser lebte, Lungen und Füße wuchsen und anfing an Land zu leben. Darwinisten behaupten, dass Fische, Geschöpfe, die nur in Wasser leben, zu Amphibien wurden, Geschöpfe, die an Land und Wasser leben, und dann Amphibien sich zu Reptilien entwickeln, Geschöpfe, die nur an Land leben. Dann nehmen sie an, manche Reptilien entwickelten Flügel und wurden Vögel, während andere Reptilien sich zu Säugetieren entwickelten. Jedoch wurde keine dieser Übergangsformen je gefunden. Noch hätten sie wirklich leben können. Zum Beispiel entwickeln sich Amphibieneier nur im Wasser, während sich amniotische Eier, also Amnion gleich Eihaut der Fruchtblase von unter anderem Reptilien, Vögeln und Säugetieren, nur an Land entwickeln. Also ist eine Art allmähliches Schritt-für-Schritt-Evolutionsszenario unmöglich, da eine Art ohne vorkommende ganze Eier nicht überleben kann. Allmählich sich in Säugetiere entwickelnde Reptilien ist ein weiteres Beispiel von evolutionären Wunschdenken. Reptilien sind kaltblütig, legen Eier und säugen nicht ihre Jungen, haben einen Mittelohrknochen, drei Unterkieferknochen und ihren Körper mit Schuppen bedeckt, wohingegen Säugetiere warmblütig sind, lebend geburten haben, ihre jungen Säugen, drei Mittelohrknochen und einen Unterkiefer haben und mit Pelz und Haaren bedeckt sind. Viel zu viele deutliche Unterschiede für eine allmähliche Evolution. Reptilien, die Flügel entwickeln, ist eine weitere schiere Unmöglichkeit, weil der Körper der landbewohnenden Reptilien und der luftbewohnenden Vögel viel zu verschieden sind. Engin Kurur, ein türkischer Evolutionist, gesteht das Problem, dass Flügel für die Theorie Darwins Darstellen ein. Zitat Noch mal Harun Yaya, der Evolutionsbetrug, Seite 214-215. Obwohl die Evolutionstheorie in den Mantel der Wissenschaft gekleidet ist, ist sie nichts als ein Betrug. Ein Betrug, nur für die materialistische Philosophie verübt. Ein Betrug, der nicht auf Wissenschaft basiert, sondern auf Gehirnwäsche, Propaganda und Schwindel. Die Evolutionstheorie ist eine Theorie, die beim allerersten Schritt versorgt. Der Grund ist, dass Evolutionisten nicht mal in der Lage sind, selbst die Entstehung eines einzelnen Eiweißkörpers zu erklären. Weder die Gesetze der Wahrscheinlichkeit noch die Gesetze der Physik oder Chemie bieten irgendeine Gelegenheit für die zufällige Bildung von Leben. Klingt es logisch oder vernünftig, wenn es nicht mal einen einzigen zufällig entstandenen Eiweißkörper geben kann, dass Millionen solcher Proteine in einer Ordnung um eine lebende Zelle sich herstellen und dann Milliarden von Zellen es schaffen, sich zu bilden und dann zufällig zu vereinigen, um Lebewesen herzustellen und dass von diesen Fische erzeugt werden und dass diese an Land gingen und zu Reptilien, Vögeln wurden und dass auf diese Weise all die Millionen von verschiedenen Arten weltweit gebildet wurden. Sie haben nie eine einzige Übergangsform wie einen Halbfisch, Halbreptil oder Halbreptil, Halbvogel gefunden. Auch waren sie nicht in der Lage zu beweisen, dass ein Eiweißkörper oder gar ein einzelnes Protein zusammensetzendes Aminosäuremolekül unter den, wie sie es nennen, urzeitlichen Bedingungen auf der Erde entstehen könnte. Nicht mal in ihren aufwendig ausgestatteten Laboren ist es ihnen gelungen, dies zu tun. Zitat Ende. Darwins Theorie ist ein Konzept, das nicht nur die Biologie, Chemie, Astronomie und die Metaphysik beschäftigt, sondern tatsächlich ebenso einen Grundstein für eine neue politische Anschauung gebildet hat. Innerhalb einer sehr kurzen Zeit wurde diese neue politische Richtung als Sozialdarwinismus bestimmt und wie viele Historiker vermuten, wurde der Sozialdarwinismus die ideologische Basis für Faschismus, Kommunismus und Eugenik. Darwins Ideen der natürlichen Auslese und Überleben des Stärkeren, eigentlich des Angepasstesten, waren der Mittelpunkt der geisteskranken Ideologien von vielen Massenmördern des 20. Jahrhunderts wie Mao, Stalin, Lenin, Trotzki, Mars und Pol Pot. Charles Darwin selbst war ein unverholener Rassist, der in seinem Buch »Der Ursprung der Menschheit« erläuterte, wie mit Schwarzen und Aborigines aufgrund ihrer Unterlegenheit zur Weisen, »Die zivilisierten Rassen mit der Zeit mit ihnen aufräumen werden«. Freimaurerische Aufzeichnungen bestätigen, dass Charles Darwins Großvater Erasmus ein Philosoph, Wissenschaftler und Arzt war, der damals im 18. Jahrhundert die Ideen der Evolution vorbrachte. Bevor er 1788 nach Darwin kam, wurde Dr. Darwin zu einem Freimaurer in der bekannten Urzeitloge von Cannongate Killwinning Nr. 2 von Schottland gemacht. Er hielt auch enge Verbindung zu den jakobinischen Freimaurern in Frankreich und zu Adam Weishaupts Illuminaten. Sir Francis Darwin und Reginald Darwin, zwei seiner Söhne, waren auch bekannte Freimaurer der tyranischen Loge Nr. 253 in Derby. Charles Darwin erscheint nicht auf der Liste der Loge, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er genau wie sein Großvater, seine Söhne und seine Bulldogge T. H. Huxley ein Freimaurer war. Charles schrieb, dass er den Ideen der Evolution seines Großvaters lauschte und sehr davon beeinflusst wurde. Erasmus war der erste Mensch, der die Idee der Evolution in England hervorbrachte. Er war als eine sehr angesehene Person bekannt, aber er hatte eine dunkle Seite und mindestens zwei uneheliche Kinder. Charles selbst heiratete seine erste Cousine und drei seiner Kinder starben an den Folgen der Inzucht. Jetzt ein Zitat von Harun Yaya aus Die Evolutionstheorie wieder aufgegriffen. Freimaurer, die dachten, dass der Darwinismus ihren Zielen dienen könnte, spielen eine große Rolle in seiner Verbreitung unter dem Volk. Sobald Darwins Theorie veröffentlicht war, bildete sich eine Gruppe freiwilliger Verkünder um sie. Der bekannteste unter ihnen war Thomas Huxley, der Darwins Bulldogge genannt wurde. Huxley, dessen begeisterter Einsatz für den Darwinismus der ausschlaggebendste Grund für seine rasche Akzeptanz war, lenkte durch die Diskussionen an der Oxford-Universität, an der er am 30.06.1860 mit dem Bischof von Oxford Samuel Wilberforce teilnahm, die Aufmerksamkeit der Welt auf die Theorie. Huxleys große Hingabe bei der Verbreitung der Idee der Evolution zusammen mit seinen Verbindungen zur höheren Gesellschaft bringt die folgende Tatsache ans Licht. Huxley war ein Mitglied der Royal Society, eine der angesehensten wissenschaftlichen Einrichtungen Englands und, wie beinahe alle anderen Mitglieder dieser Einrichtung, ein leitender Freimaurer. Andere Mitglieder der Royal Society unterstützten Darwin beträchtlich. Kurzum, Darwin handelte nicht alleine. Von dem Moment an, an dem seine Theorie vorgestellt wurde, erhielt er die Unterstützung der sozialen Schichten und Gruppen, deren Kern die Freimaurer bildeten. Zitat Ende. Harun Yaya zitierend aus Die grundsätzliche Philosophie der atheistischen Freimaurerei Ein wichtiges Beispiel, welches die Tatsache beweist, dass der Darwinismus eine der größten Täuschungen der atheistischen Freimaurerei ist, ist ein in einer freimaurerischen Sitzung gefasster Beschluss. Der 33. Grad des Obersten Rates der mitsrahimischen Freimaurerei von Paris, also Mitsrahim sind die Juden aus dem asiatischen Teil der Welt, offenbart in ihrer Niederschrift die Förderung der Evolution als Wissenschaft, während sie selber die Theorie verspotteten. Das Protokoll liest sich wie folgt. Es ist hinsichtlich dieser Sache, die wissenschaftliche Evolutionstheorie, dass wir beständig mit den Mitteln von unseren Verlagen ein blindes Vertrauen in diese Theorie hervorrufen. Die Intellektuellen werden sich mit diesem Wissen wichtig machen und ohne irgendeinen logischen Nachweis von ihnen werden sie alle erhältlichen Informationen der Wissenschaft verwirklichen, welche unsere Verlagsspezialisten geschickt für den Zweck zusammengefügt haben, um ihren Geist in die Richtung zu erziehen, die wir wollen. Glaubt nicht für einen Moment, dass diese Aussagen leere Worte sind. Denkt bedächtig an den Erfolg, den wir für den Darwinismus erreicht haben. Die atheistische Freimaurerei in den USA hat die Resolution von Misrahin schon lange aufgenommen. Das New Age Magazin hat in seiner Ausgabe vom März 1922 bestätigt, dass das Reich der atheistischen Freimaurerei durch die Evolution und die Entwicklung des Menschen selber verwirklicht wird. Wie oben gesehen ist das falsche wissenschaftliche Ansehen der Evolution eine Täuschung der 33. Grad atheistischen Freimaurerlogen. Atheistische Freimaurer bekennen, dass sie die Wissenschaftler und die Medien, die sie unter ihrer Kontrolle haben, nutzen, um die Täuschung als wissenschaftlich vorzustellen, was selbst sie komisch finden. Zitat Ende. Das von der türkischen großen Freimaurerloge publizierte Mima Sinan Journal hat offen über ihre Mission diskutiert, den Darwinismus zu benutzen, um die Religion und den Glauben an Gott zu stürzen. Ein Artikel erwähnte, Zitat, Heute ist die einzige gültige wissenschaftliche Theorie, die jeweils von den zivilisierten Ländern und den Unterentwickelten akzeptiert wird, der Darwinismus. Jedoch sind bis jetzt weder die Kirche noch die anderen Religionen bisher zusammengebrochen. Die Legende von Adam und Eva wird immer noch als religiöse Lehre in heiligen Büchern vermittelt. Zitat Ende. In anderen Worten, es scheint eines der Hauptziele der modernen Freimaurer, neben dem Überzeugen der Leute vom Erdball und dem Urknall zu sein, die biblische Schöpfungsgeschichte abzuschaffen und sie mit ihrem gottlosen Mythos der Zufallsevolution zu ersetzen. Genau wie Kopernikus nie behauptete, irgendeinen nachvollziehbaren wissenschaftlichen Beweis für seine heliozentrische Theorie zu haben, behauptete Darwin nie irgendeinen nachvollziehbaren Beweis für seine Evolutionstheorie zu haben, und doch befinden wir uns 150 Jahre später nicht näher an einem Beweis für beide jeweils, aber die riesige Mehrheit der indoktrinierten Gutmenschen ist davon überzeugt, dass sie Affenmenschen sind, die an einer drehenden Kugel hängen. Nochmal Harun Jaja zitierend, Der Evolutionsbetrug, Seite 210. Wenn wir uns die westlichen Medien genauer anschauen, stoßen wir regelmäßig auf Berichte, die auf der Evolutionstheorie herumreiten. Führende Medienkonzerne und bekannte angesehene Magazine bringen immer wieder dieses Thema. Wenn ihre Methode untersucht wird, bekommt man den Eindruck, dass diese Theorie eine uneingeschränkt bewiesene Tatsache ist, die keinen Raum für Diskussionen lässt. Normale Leute, die diese Art von Neuigkeiten lesen, beginnen tatsächlich zu denken, dass die Evolutionstheorie eine Tatsache ist, die so gewiss ist wie das Gesetz der Mathematik. Sie drucken Schlagzeilen in fetten Buchstaben. Laut dem Spiegel wurde ein neues Fossil gefunden, das die Lücke in der Fossilienkette füllt. Oder Geo weist darauf hin, dass Wissenschaftler die letzten Themen der Evolutionstheorie aufgeklärt haben. Der Fund des letzten fehlenden Gliedes in der Evolutionskette bedeutet nichts, da keine einzige Sache der Evolution überhaupt bewiesen ist. Kurzum, die Medien und die akademischen Kreise, die beide der Inbegriff der antireligiösen Machtzentren sind, erhalten eine gänzliche evolutionäre Einstellung aufrecht und zwingen sie der Gesellschaft auf. Dieses Aufzwingen ist so wirkungsvoll, dass es die Evolution zu einer Idee machte, die nie in Frage gestellt wird. Das Bestreiten der Evolution gilt als Widersetzen gegen Wissenschaft und grundsätzliche Wahrheiten. Zitat Ende. Nochmal Harun Jaya, der Evolutionsbetrug, Seite 202. Die Information, die wir durch dieses Buch bezogen haben, hat uns gezeigt, dass die Evolutionstheorie keine wissenschaftliche Grundlage hat, sondern dass sie sich im Gegenteil im Widerspruch zu den wissenschaftlichen Tatsachen befindet. In anderen Worten, die Kraft, die Evolution am Leben erhält, ist nicht die Wissenschaft. Die Evolutionstheorie wird von manchen Wissenschaftlern vertreten, aber dahinter ist eine andere Kraft am Werk. Diese andere Kraft ist die materialistische Philosophie. Die materialistische Philosophie ist eine der ältesten Glaubensrichtungen der Welt und vertritt die Existenz der Materie als ihr Grundprinzip. Laut ihrer Ansicht gab es die Materie immer und alles, was es gibt, besteht aus Materie. Dies macht einen Glauben an die Schöpfung natürlich unmöglich, denn wenn die Materie schon immer existierte und alles aus Materie besteht, es deswegen keine übermaterialistische Schöpfung geben kann, die sie entstehen ließ. Zitat Ende Es ist nun mal so, dass die Evolution ist, war und immer eine ausgemachte Sache von Leuten sein wird, die nach irgendeiner anderen Antwort außer Gott suchen. Wenn du metaphysisch die Existenz eines intelligenten, schöpferischen Geists hinter der Entstehung der materiellen Welt ausschließt, bleibt als alleinige Antwort der willkürliche Zufall. Alles muss das Ergebnis von Zufall, Glück und den Umständen sein, wenn du einmal die Möglichkeit einer höchst intelligenten Schöpfung ausgeschlossen hast. Aber egal, wie eifrig es geleugnet wird, die Wahrheit bleibt. Du bist einfach nicht irgendein kosmischer Unfall, nicht das Ergebnis von willkürlichem Zufall, Glück oder den Umständen. Deine Augen, deine Ohren, deine Gefühle und dein Geist sind das Ergebnis höchst intelligenter Gestaltung. Mein vorheriges Buch, Spiritual Science, Geistige Wissenschaft, ist eine 284-seitige Widerlegung der materialistischen Wissenschaft und Philosophie, welches weit jenseits jeglicher Begründe der Zweifel beweist, dass atheistischer Materialismus eine ungültige, unhaltbare und zerstörerische Philosophie ist und dass Geist und Intelligenz bestanden bevor und jenseits von Raum, Zeit und Materie. Malcolm Mujeric, über 60 Jahre lang ein atheistischer Philosoph und Befürworter der Evolution, hat letztendlich vor seinem Tod zugegeben, dass, Zitat, »Ich bin überzeugt, dass die Evolutionstheorie, besonders das Ausmaß, in der sie angewendet wird, in der Zukunft einer der größten Witze in den Geschichtsbüchern sein wird. Die Nachwelt wird sich wundern, wie eine so dünne und zweifelhafte Theorie mit dieser unglaublichen Leichtgläubigkeit hingenommen werden konnte, »Wie es geschieht«, Zitat Ende. Nochmal Harun Jaja, der Evolutionsbetrug, Seite 32. Gemäß diesen Professoren kamen zuerst mehrere einfache chemische Stoffe zusammen und bildeten ein Protein, was auch nicht mehr möglich ist wie eine willkürlich zerstreute Sammlung von Buchstaben, die zusammenkommen, um ein Gedicht zu bilden. Dann führten andere Zufälle zu der Entstehung von anderen Eiweißkörpern. Diese kombinierten sich, ebenfalls zufällig, in der richtigen Reihenfolge. Nicht nur Proteine, sondern DNS, RNS, Enzyme, Hormone und Zellorganellen, die alle jeweils ein sehr komplexer Bestandteil innerhalb der Zelle sind, tauchten zufällig auf und vereinigten sich. Als ein Ergebnis dieser Milliarden Zufälle entstand die erste lebende Zelle. Wenn du einen gravierten Stein oder hölzernen Götzen vor diese Leute stellst und ihnen sagst, schaut mal, dieser Götze schuf diesen Raum und alles in ihm. Sie würden sagen, dass dies völlig dumm ist und ablehnen, es zu glauben. Doch trotzdem verkünden sie den Unsinn, dass, Zitat, der als Zufall bekannte unbewusste Vorgang allmählich diese Welt und all die Milliarden wundervollen Lebewesen in ihr entstehen ließ, Zitat Ende, die größte wissenschaftliche Erklärung wäre. Kurz, diese Leute betrachten Zufall als einen Gott und behaupten, dass dieser intelligent, bewusst und machtvoll genug ist, Lebewesen und all das empfindliche Gleichgewicht im Universum zu schaffen. Zitat Ende, die größte Wundervollen und allmählich sind,